Willkommen zurück zu Farqual 4, ich bin hier für Obu und ja, du machst übrigens jetzt auf meine Arena würde ich sagen Erstmal guck ich hier auf die Nippel, so... Gibt es keine Allianz zwischen den Tipps, nur zu verteidigen, das ist für eine Herausforderung... Das Modus, ok... Um zu gewinnen... Machen wir einfach mal Kämpfe... Äh... Kämpfe? Einfach so... Ok... Ich kann den Blick nicht anschauen... Das sind unsere Wolken... Ok... Nachfels vor! Warum ist das denn der Fall? Lass das Blut fließen! Leute Applaus für unsere tapferen Kämpfer! Was ist das? Oh ich mach schon was! Ja, ich mach schon! Da oben steckt das nicht! Das ist echt nicht! Ja, da oben! noch mal gut schuss gut schuss gut schuss gut schuss sieht aus als hätte ihm die Eröffnungsrunde keine Probleme bereitet lasst uns die Spiele fortsetzen die Kämpfe sind viel spannender wenn man Geld gesetzt hat lasiert euer Weg ja ach du scheiße wow jetzt habe ich mich selber verballert wie seid ihr denn? gute Musikation die Schalter sind jetzt für eine neue Weltrunde geöffnet so wie ist das denn? das ist ein bisschen was ist das andere? wofür? komm her komm her Die Schalter sind jetzt für eine neue Wettrunde geöffnet. Das große Finale! Beginnen! Wenn die Ideen für einen Kampf hat, kann sie bei Abgabe des Netscheins vorschlagen. Wir sehen uns schon! Wir sind in der Knie. Der Kampf gewonnen, geht! Es ist ein Kampf mit dem Gehütz. Wir sind in der Knie. Wir sind in der Knie. Okay, fortsetzen, zurück, zurück, äh, die sind gespeichert, ich weiß es nicht, ich denke, die sind gespeichert, nochmal zurück, ja, ansonsten müssen wir halt nochmal machen, schön, mich wissen, ob das jetzt richtig ist, was wir genommen haben, so, für die Fähigkeiten, so, schauen wir, hier müssen wir noch, aus dem Posten, entdeckt, die Brüche, okay, was ist, hier irgendwo, ich glaube, ich habe die Waffen, ne, wo war das denn, ne, bin ich doof, ich glaube, ich bin doof, ne, so, so, die Konvoi, nochmal, noch, zweite Waffe, so, so, okay, anscheinend, äh, was soll ich machen, ich will sagen, ich bin total blum, blum, anscheinend bin ich total blum, blum, okay, wir hätten das gar nicht machen brauchen, ob ich das jetzt richtig gesehen habe, na, egal, was soll's, jetzt haben wir das aber gemacht, so, wir müssen den Außenposten noch erobern, aber dann hast du den Posten erstmal haben, wieder, hm, ähm, okay, wir haben hier bei Willem wieder eine, Mission, und dann haben wir wieder Yogi, Leute, dann gehen wir nochmal hier hin, jawohl, dann machen wir das nochmal, so, so, ich hab jetzt nämlich auch wieder mal nix, in der Terme am Laufen, mit Salz, klappt schon, so, wir verkaufen, noch nix zum verkaufen, wir können noch nix kaufen, Geld haben, nicht so viel, hier in dem Schrank, kriegen wir wieder Geld, nur einmal, mal, ich krieg'n Geld, ich krieg'n Geld, ich krieg'n Geld, ich krieg'n Geld, ich krieg'n, hier hat uns das Schreien gekostet, ich glaub, das waren hier die 200.000, nee, 400.000, oder 500.000 waren's, kriegen die 300.000 wieder, toll, herzliche Erfolge überlohnt, Garten, hier kriegen wir wahrscheinlich dann noch, ding, sonst da, äh, Sachen, die können gut hier oben pflanzen, gut, so, äh, will ich noch irgendwas hier anderes erkunden, will ich vielleicht noch eine Mission machen, oder so, irgendwas Geschnelles, jetzt eben, ich warte, so ein Waffnet-Extcote machen mal, war nur die eine, dann war nur eine in der Nähe, von einem Punkt, da haben wir eine, Wegpunkt setzen, gehen wir da hin, schnellweise machen, bin ich immer gespannt, wie das so ist, so, okay, ich werd' hier raus, ähm, Kisten, seh' ich gerade, hab' ich mich gut genommen, ne, Kiste, 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 ich bin nicht oben, Hallo, 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 Frage ist, wie komm ich nach oben, also, in zwei Kisten sein, okay, hier ist echt nix, soll ich denn wie nach oben kommen, wie komm ich nach oben, Hallo, Corporal Sens, Fahrbarer Untersatzstieg, der Muslimrefer her, mach da, dicke Treppe, die ich nicht sehe, passt doch, ne, schauen wir uns, und dann ist man, zack, wow, wo kommst du denn her, wie ist das Wölfchen, oh, wie ist das Wölfchen, der freut sich jetzt erstmal in deinen Kollegen, so, und das jetzt alle, oh mein Gott, haben wir jetzt alle, die Nerven, hier, jetzt, äh, ich will jetzt, 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 ich brauche ein Auto, toll, ich hasse, das sind Wingshörte, warum müssen die, die haben die Tasten, das ist ziemlich beschissen, dafür gelegt, ist noch ein Wölf, da ist einer, ja, der will mich schon, Wolf nicht schau, ich will jetzt, ich kenne das Auto, hallo, danke für die Hilfe, früher waren die Tiere nicht vor, scheiße, 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 wir haben die Escorte, dann haben wir das Wort, dann haben wir das Wort, dann haben wir das Wort, dann haben wir das Skilling, dann werden wir weiter dran ziehen, so, so, dann haben wir das schön hochfahren, Brüder und Schwester, hier ist freis Kürat mit Ravi Rayrada, es ist kein Geheimnis, dass Kürat finanziell nicht gut dasteht, aber wenn es nach Amika geht, geht's bald bergauf, ich rede von Schulen, Kratzenhäuser, ich weiß, dass ich weiß, hey, ich bin zur Abfahrt bereit, wo ist meine Escorte? Das ist irgendwie komisch, seit die Propaganda sind, hey, AJ hier, was soll ich denn machen? AJ, wir müssen einen Krankenhausvorrat von Verschütungsmitteln und medizinischen Tests in Nures Bordelle smuggeln, kannst du den Kratten beschützen? Ist das wahrscheinlich der bessere Schutz? Ja, aber die bekämen wir niemals an der Army vorbei, ich schicke dir den Standort. Ich muss dollen, mein Gesicht am Tag an, hörst du mir zu, du blödes, ungefegteste Zeit einer sibirischen Bergziege, du Arschloch, geficker Hohen, Ficker du, du Fickfrock, wie fühlt es sich an zu wissen, dass man versagt hat, und ich sage das jetzt nicht, weil ich... Ach, da bist du ja, bist du nüchtern? Ach, ist doch egal, du fährst ja nicht, glättere oben auf den Trang, dann können wir los, am Truck ist ein Granatwerfer, Angriff ist die beste Vertragung, Situation ist kompliziert, der goldene Pfad kann nicht einfach die Bordelle zumachen, viele der Prostituierten wurden entführt, ja, geschlagen, vergewaltigt, ich warte hier auf den, und dann kann man schnell mitlesen, für euch, bingo, ok, ok, geht dann, los geht's, alles von Rüstigem, also Rüstigem, so Rüstigem, da freue ich mich doch schon auf, und noch ist es doch ruhig, das ist nämlich gesperrt, ich habe auch schon die Gefäße, wie ich das mache, oh, alle riecht, kann die Gefäße weitergehen, die doch nicht, einiges jetzt verkauft, einige arbeiten sich in DUR´s Organisation hoch, tun alles um zu überleben, DUR´s liegt die besten Arbeiter raus, um noch mehr zu rekrutieren, für einige Menschen ist das die einzige Perspektive, jetzt was auf der Straße, mehr, mehr, wir haben Motorprobleme, halt mal Wache, ich guck mal, ob ich die Rostlaube flicken kann, der hätte schon vor Monaten in die Werkstatt gewonnen, halt mir den Rüsten frei, ich versuche ihn zu starten, wir sind um Zingeln, starte du elende Dreckkarre, und dann gehen wir uns um Zingeln oder so, oh man ey, der Dreckkarre, der Dreckkarre, andere gründen eigene Modelle, nur beschützt sie und bekommt dafür einen Anteil am Gewinn, Prostitution ist keine Schande, aber es ist unsere Pflicht, die zu beschützen, die ausgebeutet werden. Los komm, was sagst du? Halt's da? Schöne zu. Hier ist noch ein Schöne zu. Cool. Keine Angst, wir treffen die nötigen Vorgehen. Danke, dass du die Lieferung sicher hergebracht hast. Wenigstens müssen wir uns nicht mehr anhören, wie die Soldaten sich beschweren, dass es beim Pfirschen begrenzen muss. Jo, jetzt haben wir da was. Jetzt kann man nämlich auch... ...hier skillen. Wenn du keine Halsschwurz machst... Okay, und dann... Das brauchen wir 7 Skillpunkte schonmal wieder. Nein, 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 nein. So, das ist eine Mission. Mission. So, dann muss ich eine einzigartige Waffe kaufen. Okay. Zähle an der Mission. Die kann ich alle machen. Dafür muss ich den Außenpüsten machen. Okay. Alles klar. So. Hopp, hopp, hopp. So. So. Gut. Dann gehen wir doch mal eben. Wo war denn den Willi? Da war der Willi. Dann gehen wir doch mal hier hin. Schnellreise. So. Wir können mich draußen und holen uns erstmal eine Spritze. So, wir müssen jetzt mal kurz hier raus. Dann sind wir wieder so eine schöne Weste. Dafür hat sich jetzt wenigstens gelohnt. So. Wahrscheinlich schon, wenn wir den Garten haben, können wir dann noch nicht ein Spiel Heilmittel haben oder so. Ja, natürlich cool. So, wir verkaufen Waren. Waren, Waren, Waren. Ja. Da hätte ich gerne alles verkauft. Gut. Wir kaufen mal eine Granate auf dem Uni. Gut. Einzigartige Waffen soll ich kaufen. Haben wir denn hier eine billige. Nope. Kann hier billigen. Aber ich wollte eigentlich die Armbrust haben, ne? Ja. Schwere Waren. Nehm ich mir die Armbrust. Ist ja nicht recht nice. Hm. Komm, kaufen wir uns die. Oh, ich dachte schon, den hat eben das Spiel kackt ab. Ja. Kann ich kaufen. Und die rüste ich aus für den Bogen. Ja. Visiere. Optisches Visier. Ja, natürlich von Vorteil. Gut. Wir können uns gar kein Visier leisten. Ein Magazin können wir uns auch nicht leisten. Eine Farbe. Vielleicht müssen Farbe können wir uns leisten. Na gut. Egal. So. Äh. Wie komme ich hier raus? Da komme ich raus. Äh. Fähigkeiten. Ja, ich weiß nicht. Ich kann das jetzt killen. Ich habe einen Punkt, das weiß ich auch. Aber ich habe halt... ...nicht genug, ob es... So. Ich mache den Jogi Jungs. Ja. Nein. Ich will doch den Wingsteel einsetzen. Ah. Shit. Toll. Hat der super geklappt. Ich wollte den Wingsteel einsetzen oder sowas. Dann nochmal. Jetzt aber. Jetzt hat es auch geklappt. Jetzt hat es auch geklappt. So. Ja. Guck mal. Hallo. Ich weiß nicht, ob er das bekommt. Aber. Ich weiß nicht, ob er da ist. Ich weiß nicht, ob er da ist. Nein. Ich weiß nicht. Ach. Ich weiß nicht, ob er da ist. Wie mir geht es jetzt? Das ist ja. Mir geht es weg. Was ist mit euch hier rein? Was haben wir? Na egal. Ich hüpfe hier vor euch rum, während die Folge noch läuft. Ich will jetzt eigentlich mal in mein Ding ausprobieren. Wenn du am Armbrust an den Gegnern oder so. Und nicht an unschuldigen Menschen. Oh, bist du hungrig? Ich bin so hungrig. Gegner? Nein, mach keine Gegner. Na gut, dann machen wir in der Stelle nochmal einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder heute rein. Ciao.